oberleutnant kowalski ich habe einen kuhn ab für einen server mit vier sluts müsste ich auch gucken wie das weiß aber es ist eins zum einschieben bist du das bill wo trefft ihr euch denn sonst immer das kommt drauf an du warst noch nie hier oder ich weiß dass er hier lebt aber nein ich war noch nie selbst das wäre gut für uns okay kommen wir müssen gleich mal eine ganz kurze pause machen ich muss ja das krieg ich nicht auf komm da ist noch ein anderer weg hier lang sei vorsichtig nicht dass du fällst ich will mir nicht in die hose knallen ich dachte mir den stein hier oben ist ein fenster offen warte eine sekunde ich bin morgen fd wenn ja ab welcher uhrzeit nein bürger nicht werden kein fd ist alles okay ich versuche pfeifen zu lernen du kannst nicht pfeifen klingt das wie pfeifen ich habe gerade also ich bin gerade nicht so ich bin gerade nicht so zufrieden wie die das jetzt alle spielen l u l ach so schon 35 monate ich bin gar nicht so zufrieden mit der situation wie tarkov gerade ist und mich stresst das geben mehr als dass du das spaß hierdurch deswegen ich bin gerade kein fd bleib zurück jetzt habe ich das messer verschwendet dafür für einmal auch kommen ich bin dankeschön für 35 35 monate ja am freitag kommt der zweite teil raus qb damit man die story halt noch mal auffrischen kann also so dass du halt wenn du freitag reingehst gerade ganz frisch deine erinnerung hast es sind genug leute da berniebos drops gibt es gibt genug leute wo drops an sind an dem tag also es gibt genug ich stream am freitag zum regulären release ich habe keine ich habe keine die version bin mit ich habe keinen bei sony oder naughty dog oder okay let's try gott Ich hab das Spiel nicht vorher. Ich kauf das hier im Store ganz normal, wie alle anderen auch. Ich kauf das im Store. Das ist auch nicht der Weg. Ellie! Hier aber auch nicht. Oh Mist, der ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch! Nein, das kommt gar nicht infrage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ja, komm. Stell den Fuß drauf. Ja, ich hol die digitale Version, ja. Ja, denk ich mal, soll das da kaufen oder so? Moinsen. Moin! Tada! Gut gemacht. Danke. Äh, nee, das Rohr... Ich kann leider nicht zwei Rohre mitnehmen, das wär ganz nett. Aber geht leider nicht. Uh, ich muss so tierisch auf die Rohr. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja. Dann suchen wir Tommy. Marleen meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Oh, Bernie EFT wird's bestimmt wieder geben. Gar keine Sorge. Also wirklich, ich hab mit EFT nicht abgeschlossen. Ich brauch bloß einfach ne Pause davon. Hey, da! Zwerge! Ja, das sind Zwerge. Mann! Ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Ah, verstehe. Feen machen mir Angst, aber Zwerge nicht. Okay, Ellie. Aha. Äh, ja. Mehrere Male, Chibo. Auf fast allen Schwierigkeitsberaten. Wow. Das ist immer der. Kann ich mir ein Messer? Kann ich mir ein Messer machen? Äh, ja. Ich glaube nämlich, ich würde fast mal sagen, die Tür oben geht mit dem Messer auf. Weil das Fenster sah so aus, als wenn man da rein kann. Ja, oder auch nicht. Oh, ich muss auf Toilette chatten. Okay. Ich hoffe, wir müssen ganz kurz mal hier im Diner ne Pause machen. Ich geh schnell pullern. Uff! Da musste ich aber ganz, ganz großen Ladestrahl ablassen, du. Angespielt. Moins, Maga. Ich grüße dich. Höh. Kombination. Kombination erfolgt. Wait, what? Hier gibt's ein Safe? Wo ist die Kombination? Höh. Oh shit, den hab ich ja noch nie gesehen. Was denkst du? Quarantäne-Zone. Das ist safe? Ja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Mann, du musst dein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Nee. Herr Bartels, genau. Vorbereitung auf Teil 2. Yes, yes. Versuch mal Mutti123. Hm. Chibo, ich grüße dich. Ich glaub Mutti123 ist ne gute Idee, aber... Weißt du, wenn ich jemand vor... Ah, okay. Hey! Alle auf dem Rücksitz! Wo find ich die Kombination für den Safe? Hallo? Hallo? Ey Diag, dankeschön für 47... 57 Monate übrigens. Zaun? Barrikade? Was sind denn das für Hinweise? Zaun! Barrikade! Da hinten! Der Zaun am Ende der Straße. Da hinten. Das andere Ende. Da hinten? Da hinten? Fuck you! Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Hier? Oh, Scheiplatten! Ich hab nicht mal Scheiplattenspieler, aber... Oh, Scheiplatte! Wow! Sieh dir das an! Andere Seine. Welche Seine denn jetzt? Man! Ich weiß noch nicht, welche Seine, man! Zaun! Das ist kein... Ich muss noch einmal in die Musik lauten! Was denn? Die Seine? Da hängt ein Zettel drin, Chat. Nachricht an Bob. 5, 17, 21! 5, 17, 21! 5, 17, 21! Habe ich mir gemerkt! Wenn ich da bin, habe ich es vergessen! 5, 17, 21! 5, 17, 21! 5, 17, 21! 5, 17, 21! 5, 17, 21! 5, 17, 21! Wow! Muss ich mir nicht mal merken! Rages hat es gut gemacht! So, Rücksitz! Habt ihr gut gemacht! Klasse! Klasse! Die Fireflies waren ja überall! Ja, überall! Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war! Vielleicht! Hey, Sorge Moinsen! Oh-oh! Oh-oh! Oh, Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen! Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen! Und wie ist er sonst so? Cool! Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen! Er weiß, wo es was gibt! Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht drauf gehen! Halt die Augen offen, dann passiert nichts! Siehst du den Draht? Berühr dich, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon! Okay! Da liegen Pfeile! Wow! Will kann Bogenschießen? Vermutlich schon! Wann... M... Mangel, stell doch die Leiter daran, du Blödmann! Die Luft ist rein. Komm hoch. Okay. Hier. Was hier können wir nehmen? Nee, da liegt ein Bogen. Oh Gott. Nimm den Bogen. Sieh mal an. Schon mal in der Bogen geschossen? Haben sie schon mal Bogen geschossen? Das ist richtig krass. Da brauchst du halt übelst die Kraft. Hast du den nächsten Tags Muskelkader? Der hat einen Monat. Ich hab schon mal am Bogen gespielt. Ich hab schon mal am Bogen spiel. Ist das ein Synonym für, du hast dir mal einen runtergeholt? Ich, also... Äh... Okay. Oh, Scheiße. Puppeln wir das Baby mal aus. Verdammt. Oh, Shit. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst mich daran halten. Er... Er ist nicht gerade nett. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, um mit dir warm zu werden. Okay? Ah, ja. Da hat die Capture-Karten mal kurz, äh, hops gemacht. Moment. Er hat ja lange durchgehalten, oder? Okay, ich glaube, dieses, das Upgrade machen wir dieses Jahr auch noch. Dieses Jahr machen wir das Upgrade auch noch, Chat. Wir holen uns noch einmal eine ganz große Capture-Kart dieses Jahr. Mit vier Sluts. Das werden wir dieses Jahr auch noch machen. Ich hoffe, ich kriege keinen Blue-Screen. Manchmal... Also, letztens habe ich zumindest mal einen Blue-Screen gekriegt. Ah, ja. Nicht alles haben, ne? Ah, ja. Da sind wir wieder. Gut. Es ist was kaputt gegangen. Ganz was Neues, ne? Die ist einfach nicht so funktionstüchtig. Ja. Scheiße, willst du da rein? Oh, sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Haben wir hier draußen noch irgendeinen? Schönes? So ein Scheiß. Der Juli ist ein böser Monat. Alles gut. Wir können noch streamen. Alles ist in Ordnung. So schlimm kann es doch nicht sein. Ja. Okay. Ja. Also... Ellie. Hey, der Rüge! Mann! Ich hab mich zu Tode erschreckt. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Gibt's bestimmt ganz viele tolle Sachen. Hm. Rachel. Hm. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man's auch machen. Siehst du? Zurück. Zurück. Oh, shit, nein. Ah. Hier verkackt, chat. Ja, komm. Bleib in meiner Nähe. Mensch, mancher, wie viel Munition ist denn hier, du? Ich fühle mich ja schon, als hätte ich eine militärische Autorissung an, du. Äh, Freitag kommt der zweite Teil raus. Freitag werden wir auch einen zweiten Teil auch spielen. Komm schon, wir. Oh, scheiße. Oh, die Stelle, ich habe sie. Verdammt, Bill. Okay. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Äh, Schwerkrante. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Steigt das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Okay. 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 Scheiße, sie kommen. Nee, ich will dich küssen. Nein, ich will dich küssen, verdammt. Ich will dich auf Züggeln. Ehrlich. Ich will dich knutschen. Oh, fuck. Oh, der ist schwierig. Oh, Mann, ey! Oh, Mann! 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 Ich bin bereit, Ellie! Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Verdammt noch mal! Komm schon! Oh, Mann! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! In Ruhe, du blödes Scheißführer! Ellie, sie sind gleich da! Hey, komm her! Oh, shit. Oh, shit! Oh, fuck! Bewege deinem arsch und steh auf! hier we go oh fuck wo hin wo die wo hin oh scheiße weg zurück wo lang okay wir komm hier lauf Ellie Ellie komm jetzt wo ist der scheiß Schlüssel Leute hinter uns na los Tür zu Mist mach die Tür zu okay will weiter jetzt sind wir nicht sicher Bill sie kommen durch die Tür fertig sonst kommen wir hier nicht raus völlig zurück zurück oh oh krass 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 durch den Drach. Easy peasy, lemon squeezy. Mann! Das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill! Was soll denn das? Bill! Räh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Räh dich um. Und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt. Mach mal lang. Scheißdreck. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschau. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob's das wahre? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja, klar, Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Bist. Nein, pass du auf. Du hast mir Handschellen. Du schmalt den nie. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das fährt. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Äh, echt verlockend. Schluss jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Achso. Achso. Gleichει. Achso.